Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sonic Mania! Jawoll ja, das letzte Mal sind wir hier in der... Huch! In der Studiopolis Zone gelandet. Und wir kriegen mal ein Leben. Schön! Da freue ich mich. Und ja, es ist offensichtlich eine komplett neue... Wow, 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 Welt. Denn die gab es bisher noch in keinem Sonic-Spiel. Tails, wo bleibst du? Ich brauche deine Hilfe. Denn ich will das hier haben. Hopp, eins, zwei, drei. Ah! Das ist so... Ah, danke. Da war ein Monitor. Die habe ich komplett übersehen unter dem Hintergrund. Oh, die will ich hier dran. Darf ich nicht. Oh, ja. An die erinnere ich mich allerdings dann doch noch. Das sind die Robotnik. Äh... Die Robotnik... Die Robotnik... Wie heißen sie? Ähm... Monitore. Genau. Und wenn ich die aufmache, dann habe ich kein Problem. Denn dann wird mir wieder... Was ist das? Ach, eine Popcorn-Maschine. Haha. Ich liebe die Ideen, die hier verarbeitet sind. Ganz ehrlich. Das war... Das war geil. Ich muss nicht... Die. Das war... ätig. Hä? Gauben? Ich will da hin. Fels, komm wieder runter. Danke. Ah! Okay. Schnappen wir uns das UFO wieder. Wo ist es? Da hinten. Okay. Oh, ah. Gib mir das damn Emerald. Komm schon seit, ich glaube ein bisschen schneller. Jawoll. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. 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 Okay, ich wurde übertragen. Okay. 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 Ich muss hier einfach nur wegrennen. Au. Das ist doch... Soll ich denn da genug Schwung holen? Hä? Hä? Okay. 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 Ja, super. Genau so wollte ich das. Okay. Ja? Ja. Und die haben wir dann auch noch ein paar. Oder auch nicht. Aber ein Mid-Shit, das kann Taylor. Okay, versuchen in der Mitte zu bleiben. Oh, oh. Nicht gut. Dann kriegen wir da neue Ringe. Das ist sehr gut. Okay. 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 Wann soll ich drauf springen? Das gibt es nicht. Jetzt bin ich vielleicht tot. Juhu. Okay. Warte drüber. Warte drüber. Nein. Nicht rollen. Nein. Wieder alles von vorne, ne? Natürlich. Ach, Leute. Tut mir das leid. Ey, das ist doch nicht wahr. Ich sterbe schon auf dem Weg zum... Immerhin das. Jetzt müssen wir uns nur noch umbringen. So, Mann. Hopp. Die finden wir hier. So, jetzt gehen wir mal. Müssten wir ja noch welche bekommen, ne? Noch nicht. Ah. Das war scheiße. Das war richtig kacke. So machen wir das einfach. Wir rollen in die blaue rein, statt drauf zu springen. Was haltet ihr davon? Ist doch ne gute Idee, oder? So. Zwei rote, eine blaue. Kommt direkt die blaue an. Huh. Ich bin grad ein bisschen angespannt. Was haltet ihr. Entschuldigung, der hat mich jetzt so ein bisschen was gekostet. Und an Nerven und... Okay, kommen die zwei einfach mal zurückgerannt. Moment, kann ich da auch stehen? Katsache. Ah, gut. Dann nicht. Ah, peace. Hm, komm. Ich dachte nicht hoch, Tails. Los geht's. Danke. Ja, ist ja gut. Ich spinne das ja schon. Oh, boah. Locked on. Okay. Whatever that means. Ah, okay. Hm? Okay. Damit will ich jetzt nichts zu tun haben, seit ich weiß. Boah! Die Mikrofone sind so toll. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade recht wenig rede, aber wow, ich bewundere einfach dieses Level, weil das ist so kreativ gemacht. Ganz ehrlich. Applaus. Oh, ich glaube, das wäre ein Schild gewesen. Das habe ich wohl verpasst. Ach, so. Ein Sega-Fernseher. Eggman TV. Oh, okay. Wenn der Wind da ist, nicht springen. Ach, da muss ich mich unter ihm befinden. Okay. Jetzt muss ich weg von ihm. Sonst den Blitz. Ein Schlicht, glaube ich. Jetzt nicht springen. Und da explodiert er. Super geil. Der Wetter-Vorhersage-Boss. Das klingt gut. Das klingt gut. Ja, wie geil ist das denn? Oh, Flying Battery Zone. Oh, wie gut ist das denn? Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und schaltet beim nächsten Mal einfach wieder ein, wenn es heißt Sonic Mania. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020